hallo liebe youtube gemeinde noch mal in eigener sache das hier ist jetzt wirklich mein hoffentlich etwas dauerhafterer und letzter youtube kanal und es ist ein mischkanal ich habe ja sonst immer einzelthemen behandelt hatte einen schallplattenkanal hatte ein videospiele konsolen retro oder auch ps4 kanal und alles sowas das werde ich jetzt alles hier unterbringen also macht euch freut euch wenn ihr das könnt und wollt auf eine bunte mischung aus manch einem let's play ja von einer meiner retro konsolen oder auch von der ps4 die ich mir seinerzeit einigermaßen erschwinglich gebraucht gekauft habe oder filmtipps wie jetzt zuletzt was gut ankommt oder hier reale berichterstattung hier aus dem herzen tempelhof mariendorfs ja dass ich mal kurz mit der kamera draußen unterwegs bin und orte die ihr nicht kennt weil ihr nicht aus berlin seid oder in einem anderen bezirk lebt euch näher bringe ja dass die mischung macht gut mehr wollte ich nicht loswerden jetzt gibt es aber erst mal länger nichts mehr und das hat auch private und auch teilweise berufliche gründe denn ich habe noch vor in diesem jahr mir eine kleine tätigkeit zu suchen ich darf was dazu verdienen auch wenn ich rentner bin und ein bisschen geht da noch was denn das hier ist zwar alles schön und gut aber das füllt nicht den ganzen tag aus und sollte es auch nicht das reale leben hat dann doch denke ich mal bei weiten priorität und auch das pflegen von bekanntschaften und freundschaften ja ich habe nicht viele freunde zum jetzigen zeitpunkt aber ich habe einige wenige leute auf die ich mich verlassen kann und die gut zu mir sind und dies auch ehrlich und aufrichtig mit mir meinen gut das war schon im wesentlichen also let's place wird es hier geben auch von meinen retro konsolen das alien versus predator let's play werde ich ja auch wieder hochladen was sehr gut bei euch allen ankam und so weiter und so weiter gut das war's im wesentlichen bis die tage und so weiter gut